Ich bin Peppa Wutz, das ist mein kleiner Bruder Schorsch, das ist Mama Wutz und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz, der Spendenlauf. In letzter Zeit hat es viele Unwetter gegeben und nun ist das Schuldach undicht. Wo ernehmen wir bloß das Geld, um das Dach zu reparieren? Wir machen einen Spendenlauf. Was ist ein Spendierlauf? Man macht ein schönes Picknick und spendet Geld, um Leute laufen zu sehen. Und je mehr Geld man gibt, desto weiter laufen sie. Gute Idee, Papa Wutz. Wie weit können Sie laufen? Was? Also ich kann so weit laufen, wie Sie möchten. Aber Papa, du kannst doch gar nicht so weit laufen. Unsinn. Ich bin doch Experte im Laufen. Gut. Möchte denn sonst noch jemand laufen? Nein, danke. Aber ich spende gerne, um Papa Wutz laufen zu sehen. Ich auch. Und ich. Exzellent. Dankeschön, Papa Wutz. Peppa und ihre Familie essen Spaghetti. Köstlich. Gibt es noch mehr Spaghetti? Papa Wutz, du hattest doch schon drei Portionen. Essen gibt mir Energie. Und ich brauche Energie für meinen Spendenlauf. Du musst für deinen Lauf aber auch noch trainieren. Wie wäre es, wenn ich heute das Essen trainiere und morgen trainiere ich das Laufen? Nein, Papa. Du musst sofort mit dem Lauftraining anfangen. Oh. Komm jetzt, Papa. Du bist. Das ist einfach. Es ist einfach, bergab zu laufen. Es ist schwer, bergauf zu laufen. Ich glaube, ich hätte besser nicht so viel Spaghetti gegessen. Der Tag des Spendenlaufs ist gekommen. Madame Gazelle hat eine Karte, die zeigt, wie weit Papa Wutz laufen muss. Wenn Papa Wutz es bis ihr in schafft. Bis zum Supermarkt. Dann bis ihr in. Zur Tankstelle von meinem Opa. Danach die ganze Strecke bis ihr in. Oh, Quetterstein. Dann haben wir bestimmt genug Geld zusammen, um das Dach reparieren zu lassen. Ich starte sofort. Achtung. Fertig. Los. Ich habe es geschafft. Jetzt können wir feiern. Dummer, Papa. Das ist doch bloß der Plan. Ja, genau. Und jetzt geht es los zur echten Burgwetterstein. Oh. Achtung. Fertig. Los. Hurra. Weiter so, Papa Wutz. Du kannst es schaffen. Weiter so, Papa Wutz. Du kannst es schaffen. Der Bus hat Burgwetterstein erreicht. Alle freuen sich auf das leckere Picknick. Wasser. Wasser. Was für ein schöner, heißer Tag. Und was für eine gemütliche Art an Geld zu kommen. Wasser. Wasser. Papa Wutz hat den Supermarkt erreicht. Vom Laufen ist er sehr durstig geworden. Komm, wir schauen mal durchs Fernrohr. Ich kann Papa sehen. Durch das Fernrohr scheint alles ganz nah. Oh. Er läuft aber nicht gerade schnell. Papa Wutz ist bei Opa Clefs Tankstelle angekommen. Das war's. Ich kann nicht mehr. Papa ist stehen geblieben. Mir scheint, hier ist heiß. Diese kleine Erfrischung wird dich abkühlen und dir wieder auf die Beine helfen. Hier, nimm ein Wassereis. Danke dir, Opa Clef. Das ist fein. Ah, eine Wespe. Husch, husch. Schwirr bloß ab, du kleines Biest. Die Wespe möchte das Eis von Papa Wutz auch mal probieren. Nein, das hier ist mein Eis. Papa hat wieder angefangen zu laufen. Richtig schnell. Hurra. Hurra. Schwirr ab. Schwirr ab. Sie können jetzt aufhören, Papa Wutz. Wir haben genug Geld zusammen, um das Dach zu reparieren. Wow. Papa Wutz hat die Wespe abgehängt. Gut gemacht, Papa Wutz. Und von all dem zusätzlichen Geld können wir jetzt auch noch einen neuen Schulbus kaufen. Danke sehr, Papa Wutz. Ho, ho. Von Herzen gern. In der Bücherei. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Schorsch. Kannst du uns bitte noch was vorlesen? Na gut, ich nehme mal das Rote Affe Buch. Aber du liest uns immer dasselbe vor. Der Rote Affe geht in die Badewanne, putzt sich die Zähne und geht ins Bett. Ähm, ja, genau davon handelt es. Wir können noch mal was anderes lesen. Der blaue Tiger, die grüne Spinne, der orange Pinguin. Oh, wie heißt das denn? Betonmischen für den Hausgebrauch. Das habe ich überall gesucht. Ist das dein Buch, Papa? Nein, ich habe es mir in der Bücherei ausgeliehen. Was ist denn eine Bücherei? Da kann man sich etwas zum Lesen ausleihen. Und wenn man damit fertig ist, bringt man es zurück. Was Papa Wutz bei diesem Buch offenbar vergessen hat. Tja, ich habe es tatsächlich schon sehr lange. Nicht schlimm. Du kannst es ja morgen zurückbringen. Und ihr geht jetzt schlafen. Aber nur, wenn Papa noch aus dem Buch vorliest. Das ist aber eigentlich keine Gute-Nacht-Geschichte. Bitte, Papa, lies es vor. Okay. Betonmischen für den Hausgebrauch. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand, Wasser und chemischen Zusatzstoffen. Kapitel 1. Sand. Pepper, Schorsch und Mama Wutz sind eingeschlafen. Es ist morgen. Pepper und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah, hier stehen aber viele Bücher. Psch, Pepper, in einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen. Und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte. Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama Wutz. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immer her damit. Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, ob vielleicht jemand schusselig war und ein Buch zu lange behalten hat. Ähm, ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Was? Papa Wutz? Sie haben dieses Buch ja schon seit zehn Jahren. Schusseliger Papa. Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Buch ausleihen? Gern. Die Kinderbuchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Feen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Pepper. Oh, hallo, Klausi. Ich leihe mir ein Buch über Fußball. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Ich leihe mir ein Buch über Krankenschwestern. Schorsch hat sich ein Buch über Dinosaurier ausgesucht. Luzi, ja. Guckt mal, was ich gefunden habe. Betonmischen Band 2 für Fortgeschrittene. Hier ist ein Rote-Affe-Buch. Nein, bloß nicht das Rote-Affen-Buch. Das ist so öde. Das ist aber eine andere Geschichte. Sie ist vielleicht spannender. Ist sie bestimmt nicht. Also, es war einmal ein lustiger Rote-Affe. Er nahm ein Bart, putzte sich die Zähne und ging ins Bett. Nein, er flog zum Mond mit einer Rakete. Oh. Er machte Picknick mit einem Dinosaurier, tauchte hinab ins Meer und kletterte auf den höchsten Berg hinauf. Das war ein toller Tag. Ende. Boah, lies es nochmal. Wir können es ja ausleihen und zu Hause nochmal lesen, Pepper. Aber eigentlich wollte ich mir schon dieses Buch hier ausleihen. Oder dieses hier. Wenn du möchtest, kannst du auch drei Bücher ausleihen, Pepper. Aber vergiss bitte nicht, sie rechtzeitig zurückzubringen. Ja, Frau Mimmel. Und Sie müssen ihr Buch diesmal auch rechtzeitig zurückbringen. Papa Wutz. Ich werde dafür sorgen, dass Papa es nicht vergisst. Gut, Pepper. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Es ist Schlafenszeit für Pepper und Schorsch. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Oma und Opa Wutz kommen zum Abendessen. Hallo. Hallo. Wo sind Pepper und Schorsch? Schlafen schon. Oh, ich wollte sie so gern noch sehen. Darf ich mal reinschauen? Na gut, Oma Wutz. Aber sei ganz leise. Oma Wutz. Oma, los. Hallo, meine Liebchen. Ihr solltet doch schlafen. Erzähl uns eine Geschichte. Also gut. Aber nur, wenn ihr versprecht, dass ihr gleich wieder einschlaft. Wir schlafen erst nach der Geschichte. Na schön. Also es war einmal ein... Ein kleiner Junge. Der hieß Pedro Pony. Und der fand eine Zauberbohne. Oh, ja. Also, Pedro pflanzte die Bohne ein. Und daraus wuchs eine riesige Bohnenranke, die bis zum Himmel reichte. Ganz genau. Pedro kletterte an der Ranke nach oben und fand dort... Den schrecklich großen Riesen. Aber den will ich nicht. Ich will eine Prinzessin. Oh, ja. Da fand er die wunderhübsche Prinzessin Peppa. Und Sir Schorsch, den tapferen Ritter. Und ein Koch, der kochte das leckerste Essen der Welt. Mama Wutz, Papa Wutz und Opa Wutz warten mit dem Essen. Ich sehe mal nach, wo Oma Wutz bleibt. Und was kommt jetzt in der Geschichte? Ungezogene Oma Wutz. Du hast sie geweckt. Wir schlafen ja wieder ein, wenn die Geschichte fertig ist, Opa Wutz. Ich bin gut im Fertigerzählen, Oma Wutz. Du kannst runtergehen. Ich komme gleich nach. Da ist ein Junge, eine Bohnenranke, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter und ein Koch mit dem leckersten Essen der Welt. Und als sie mit dem leckeren Essen fertig waren, schliefen alle ein. Ende. Und alle wachten wieder auf und dann kam ein Zauberer. Ein Zauberer? Ja, ein Zauberer. Der macht eine große Zaubershow. Ah, aber... Dann kam auch noch ein schrecklicher Drache. Oma Wutz, Mama Wutz und Papa Wutz warten immer noch mit dem Essen. Diese Gute-Nacht-Geschichte scheint nicht zu wirken. Ich bin hier der Experte für Gute-Nacht-Geschichten. Bei mir schlafen sie nullkommanichts. Ah, ein schrecklicher Drache. Peppa, Schorsch, ab ins Bett. Aber Opa ist doch noch nicht mit der Geschichte fertig, Papa. Die erzähle ich zu Ende. Ich komme in einer Minute. Also, da ist ein Junge, eine Bohnenranke, ein Schloss, eine hübsche Prinzessin, ein tapferer Ritter, ein Koch, ein Zauberer und ein schrecklicher Drache. Krass. Und ein sehr hungriger König. Sie speisten alle zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Und dann gab es eine Party. Hopp. Mit all ihren Freunden. Das reicht. Jetzt gehe ich mal besser rauf. Papa Wutz. Sie schlafen doch schon fast. Danke. Ich übernehme das hier. Du musst die Geschichte zu Ende erzählen, Mama. Dann aber schnell. Also, wo wart ihr denn? Es war einmal, in uralten Zeiten, vor sehr langer Zeit. Mama Wutz ist aber schon ziemlich lange da oben. Ich höre schnarchen. Na, endlich. Peppa und Schorsch schlafen jetzt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ende. Peppa. Schorsch. Psst. Mama ist eingeschlafen. Ich glaube, Prinzessin Peppa ist die beste Gute-Nacht-Geschichten-Erzählerin. Na klar, das bin ich. Mr. Kartoffel kommt in die Stadt. Peppa und ihre Familie sehen sich Mr. Kartoffel im Fernsehen an. Auf, 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 auf. Ich liebe Fitnessprogramme im Fernsehen. Auf, auf. Und ihr habe ich schöne Bilder, die mir geschickt wurden. Das ist ein Apfel. Oh. Oh, ihr wisst ja schon. Obst und Gemüse zu essen hält euch fit. Ich bin gut im Obst- und Gemüseessen. Und Sporttreiben ist wichtig. Deshalb werde ich heute auch ein neues Fitnesscenter in der Stadt eröffnen. Mama, können wir da hingehen zu Mr. Kartoffel? Das ist aber weit weg, nur um eine Kartoffel zu sehen. Es ist ja nicht irgendeine Kartoffel. Es ist Mr. Kartoffel. Können wir hin und ihn ansehen, Mama? Bitte. Oh, na gut. Hurra! Alle wollen dabei sein, wenn Mr. Kartoffel das neue Fitnesscenter eröffnet. Seht mal, da ist Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel! Es ist nur Peppa. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Luzi dachte, du wärst Mr. Kartoffel. Ich sehe doch nicht aus wie Mr. Kartoffel. Nein, du bist viel zu groß. Mr. Kartoffel ist aber größer als ich. Nein, ist ja nicht. Er ist doch eine Kartoffel. Und Kartoffeln sind so groß. Da ist Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel ist endlich in der Stadt angekommen. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Hurra! Boah, ist das eine große Kartoffel. Ich erkläre das Fitnesscenter für eröffnet. Vorbildlich! Wir sollten alles vortreiben und Obst und Gemüse essen. Welche sollen wir denn essen, Mr. Kartoffel? Äpfel, Orangen, Möhren, Tomaten. Auch Kartoffeln? Kartoffeln? Ähm. Warum sind sie nicht so klein wie eine normale Kartoffel? Oh. Weil er eben keine normale Kartoffel ist. Er hat Beine. Normale Kartoffeln haben keine Beine. Er ist eine Superkartoffel. Wir sehen jeden Morgen ihre Sendung. Das ist gut. Ihr könnt mir gerne ein paar Bilder schicken. Machen wir. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute malen wir Bilder für Mr. Kartoffel. Hurra! Ich male eine Ananas. Ich male eine Möhre. Sehr gut. Und was malst du, Emily? Eine Erbse. Wunderschön. Und Petro? Eine Superkartoffel. Oh, verstehe. Und Schorsch hat eine ganz wunderbare Tomate gemalt. Papa, welches Gemüse hast du gemalt? Meinen Papa, beim Fernsehgucken. Fantastisch. Gut, wir stecken jetzt die Bilder in einen Umschlag und schicken sie an Mr. Kartoffel. Es ist Morgen und Zeit für die Sendung von Mr. Kartoffel. Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel. Wir haben Mr. Kartoffel einen Brief mit allen unseren Bildern geschickt. Haben Sie den Brief bekommen? Er kann dich nicht hören, Papa. Er ist doch im Fernsehen. Oh, ja. Ja, natürlich. Ich habe einen Brief voller Bilder bekommen. Diese Tomate sieht sehr saftig aus. Seht mal, das hat Schorsch gemalt. Gut gemacht, Schorsch. Aber das Bild hier von Papa Wutz ist mein Lieblingsbild. Boah, das ist ja mein Bild. Es zeigt Papa Wutz beim Fernsehgucken. Hm, sieht so aus, als sollte Papa Wutz ein bisschen Sport treiben. Äh, was? Na los, Papa Wutz. Wir springen jetzt auf und ab. Auf und ab. Oh, na gut. Auf, ab. Papa Wutz liebt es, auf und ab zu springen. Alle lieben es, auf und ab zu springen. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Besser aufpassen. Da ist dein Fahrschein. Hä, hä, hä. Oh, ho, verliere ihn aber nicht noch mal. Da kommt der Zug. Tuff, tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra. Tuff, 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 der Zuf, der fährt jetzt ab. Keuch und schnau, keuch und schnau, tuffetit, tuffetit, tuff. Annoch, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoy, oh. Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrscheine wohl verloren. Oh je, Bine. Miau. Da ist doch dein Fahrscheine, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergauf, fährt der Zug langsam. Hui. Bergab, fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Mary, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Hehehe. Tup, 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 tup. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Oh ja. Hahaha. Hahaha. Tup, 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 tup. Der Zug fährt auf und ab. Keuch und schnauf, keuch und schnauf. Tup, 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 tup. Hihihihi. Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Ab, ab, ab. Es ist Frau Emze und ihre Freunde. Hehehe. Mänu, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra! Endstation! Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Oh, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte. Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Pedro, kann ich bitte meine Mütze wieder haben? Da ist Petros Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Mit Opa auf dem Spielplatz. Heute passt Opa Wutz auf Peppa und Schorsch auf. Also Opa, ich zeige dir jetzt alles, was man hier machen kann. Das ist die Rutsche. Hier kletterst du hoch und da rutschst du wieder runter. Und jeder wartet, bis er dran ist. Hoho, ich weiß doch, was eine Rutsche ist, Peppa. Ich hatte früher auch mal eine, als ich ein kleines Schweinchen war. Hattet ihr damals auch Schaukeln in der uralten Zeit? Hoho, wir hatten Schaukeln, Klettergerüste und Karussells. Oh. Aber am liebsten war mir die Rutsche. Genau so geht's mir auch. Alle warten, bis sie beim Rutschen drankommen. Böser Linus. Du musst doch warten, bis du dran bist. Für Linus' Löffel ist es schwer zu warten, bis er dran ist. Oh je, es ist nicht immer leicht, klein zu sein. Stimmt's, Linus? Weil Linus noch so klein ist, sollte er nicht warten müssen. Ich würde die Regeln lieber nicht ändern, Opa Wutz. Unsinn. Die Kinder verstehen das, nicht wahr? Hui. Aber Opa, Schorsch ist doch auch klein und er muss trotzdem warten. Ja, Schorsch ist noch klein. Also, dann muss er auch nicht warten. Hui. Oh weh. Linus und Schorsch rutschen die ganze Zeit. Opa, dann sind wir denn mit dem Rutschen dran. Keine Sorge, Peppa. Sie werden schon nicht so lange rutschen. Hach, mir ist so langweilig. Mir auch. Dann lass uns doch schaukeln. Pedro Pony sitzt auf der Schaukel. Pedro, kann ich jetzt mal schaukeln? Ich will nur ein ganz kleines bisschen noch. Aber du sitzt da doch schon seit Ewigkeiten drauf. Opa Wutz, kannst du mich ein bisschen anschubsen, bitte? Ich denke, jemand anderes ist jetzt mal dran mit Schaukeln, Pedro. Aber ich muss bald nach Hause gehen. Oh, verstehe. Das ist was anderes. Ich werde dich anschubsen. Aber Opa. Mir ist so langweilig. Mir auch. Mir auch. Kommt, wir fahren Karussell. Alle wollen Karussell fahren. Zu viele Kinder auf dem Karussell. Alle Mann runter. Aber Opa Wutz, ich war doch als erstes da. Aha. Dann kannst du also zurück aufs Karussell. Ich muss aber auch drauf. Oh, warum denn das, Luisa? Ähm, weil ich glaube, ich hab bald Geburtstag. Oh. Oh, oh, okay. Und ich auch. Oh, oh, in Ordnung. Sind alle Mann bereit? Ja. Stopp. Es sind ja gar keine Jungs auf dem Karussell. Ähm. Also, sind jetzt alle Mann bereit? Aber ich habe eine Brille. Kann ich bitte mitfahren? Die Kinder denken sich ihre eigenen Regeln aus. Ich muss auch mit, weil ich Möhren mag. Also gut. Sind jetzt alle Mann bereit? Nein. Ich muss auch noch mit. Ich kann nämlich sowas. Pff. Da kommt Mama Wutz. Pff. Na, wie geht es so, Opa Wutz? Äh, ich bin verwirrt. Diese Spielplatzregeln sind zu kompliziert. Es gibt nur eine Regel, Opa Wutz. Und die lautet, jeder wartet, bis er dran ist. Hui. Was? Sogar die ganz Kleinen? Sogar die ganz Kleinen. Und was ist mit den ganz Alten wie Opa? Sogar die ganz Alten wie Opa. Auf dem Spielplatz ist jeder mal dran. Hui. Wäsche waschen. Schon früh am Morgen hängt Papa Wutz die Wäsche auf. Papa, was ist das für ein Hemd? Das ist mein Fußballtrikot. Papa spielt heute Nachmittag Fußball. Oh. Aber zuerst muss ich noch arbeiten gehen. Bis später. Tschüss. Wiedersehen. Armer Papa. Er muss jeden Tag zur Arbeit. Oh, armer Papa. Los, komm. Wir spielen. Ja, spielen wir. Ja. Peppa liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Schorsch liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Und Mama Wutz liebt es, in Matschepfützen herumzuspringen. Oh je. Mama, wir haben Papas Fußballtrikot mit Matsch vollgespringen. Oh. Keine Sorge. Wir waschen es einfach. Wir waschen es ratzfatz. Papa wird gar nicht merken, dass es vollgespritzt war. Wir haben bestimmt noch was, was wir mitwaschen können. Oh. Mein Kleid ist ja auch voll Matsche. Mama Wutz und Schorsch haben noch mehr schmutzige Wäsche gefunden. Sehr gut, Schorsch. Wir stecken die Wäsche hier rein. Und dann schalten wir die Maschine an. Die Waschmaschine füllt sich mit warmem Seifenwasser. Schwapp, schwapp, schwapp. Schwapp, schwapp, schwapp. Die Waschmaschine schüttelt die ganze Küche durch. Oh, Peppa. Wo ist denn dein Kleid? Ich wasche es gerade. Was? Oh, nein. Guck, Mama. Mein rotes Kleid ist jetzt wieder ganz schön sauber. Ja, schon, Peppa. Aber jetzt guck dir mal die anderen Sachen an. Oh je, Peppas rotes Kleid hat die weißen Sachen rosa gefärbt. Rosa ist wohl keine so gute Farbe für ein Fußballtrikot. Oh. Papa Wutz kommt von der Arbeit zurück. Hallo zusammen. Hallo, Papa. Ähm, Papa Wutz, wir haben da ein kleines Problem und ähm... Erzähl's mir später, Mama Wutz. Ich muss mich jetzt auf mein Spiel vorbereiten. Wo ist mein Fußballtrikot? Hier. Hi, 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 sei kein Dummerchen, Peppa. Das ist ein Kleid von deiner Mutter. Es ist rosa. Nein, Papa. Es ist dein Fußballtrikot. Es ist etwas Matsche drauf gespritzt. Darum haben wir es gewaschen. Und dann ist alles irgendwie schief gegangen. Entschuldige, Papa. Aber ich kann doch kein rosa Fußballtrikot tragen. Warum denn nicht, Papa? Rosa ist doch eine sehr schöne Farbe. Hm. Was meinst du dazu, Schorsch? Schorsch kann rosa nicht ausstehen. Da kommen die Freunde von Papa Wutz. Herr Bulle, Herr Löffel, Herr Pony und Herr Zebra. Muuu. Kann Papa Wutz rauskommen zum Spielen? Nur noch einen Moment. Meine Mannschaft trägt weiß. Ich brauche ein weißes Trikot. Aber Papa, du hast doch ein weißes Trikot. Du musst nur deine Jacke ausziehen. Stimmt's? Fantastisch. Danke, Peppa. Hallo zusammen. Hallo, Papa Wutz. Hast ein schickes Hemd. Sieht gut aus. Dankeschön. Los geht's. Jetzt spielen wir Fußball. Ja. Hurra. 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 Papa. Dein Hemd ist ja ganz voller Macho. Haha. Aber klar, Peppa. Fußballtrikots sind dafür da, dass man sie schmutzig macht. Brrrr. Hihihi. Hohoho. Papa Wutz liebt Fußballspielen. Alle lieben Fußballspielen. Vor allem, wenn man sich dabei richtig schmutzig macht. Helena Esel. Hallo? Papa Wutz am Apparat? Monsieur Wutz, comment allez-vous? Oh. Das Telefon ist kaputt. Qu'est-on fait-il en Allemagne? Il y a la pluie ou le soleil? Siehst du? Das Telefon redet Unsinn. Allo? Comment allez-vous? Allo, Monsieur? Est-ce que Elena peut rester un jour? Oui. Elle est dans le train. Hurra. Das war Monsieur Esel. Er spricht Französisch. Ah, hab ich mir gedacht. Mama, was hat Monsieur Esel denn zu dir gesagt? Er hat gefragt, ob Elena uns besuchen kann. Oh, prima. Elena Esel ist eine ganz besondere Freundin von Peppa. Sie wohnt in Frankreich. Elena kommt zu uns, um Deutsch sprechen zu üben. Juhu. Wir müssen uns beeilen. Elenas Zug kommt gleich an. Endstation. Alle aussteigen. Da ist Elenas Zug. Elena. Bonjour. Bonjour ist Französisch und heißt Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Esel. Liebe Goethe, ist der Riesenkoffer von Elena? Ja, Elena hat ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Lauter Dinge, die es hier nicht gibt. Käse, Brot, Tomaten, Wasser. Au revoir, Elena. Ich komme dich morgen Abend wieder abholen. Wo soll ich Elenas Gepäck hinbringen? In mein Zimmer, nach ganz nach oben im Haus. Und das ist dein Gepäck für nur eine Übernachtung? Oh, yeah. Deshalb ist es ja auch nur ein ganz kleiner Koffer. Also, Elena ist ja hier, um Deutsch zu üben. Wir müssen ihr alle dabei helfen. Ja, klar, Mama. Zuerst muss ich mich entschuldigen, dass ich noch nicht gut Deutsch spreche. Oh, du sprichst nicht so schlecht. Das ist sehr nett, Monsieur Wutz. Aber darf ich Ihnen eine Frage zur deutschen Sprache stellen? Aber natürlich. Ich bin Experte für Sprache. Frag nur. Sind Infinitive eine Form unregelmäßiger Verben oder intransitiven Pronomen? Ähm... Es ist ja wirklich schon spät. Sollen wir nicht Elenas Bett machen? Mama, Mama, kann Elena nicht in meinem Bett schlafen? Mit einem Kissen an jeder Seite? Gute Idee, Pepper. Pepper und Elena schlafen im selben Bett mit einem Kissen an jeder Seite. So, Kinder. Versucht zu schlafen. Morgen wird ein aufregender Tag. Elena geht mit in eure Spielgruppe. Dormez bien ist französisch und heißt schlaft gut. Ich bin doch gar nicht müde. Wir können ja was singen, um müde zu werden. Ja! Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonne les matines. Bei dem schönen französischen Lied schlafen alle ein. Ding, dong, dong. Helena geht heute mit in Peppas Spielgruppe. Madame Gazelle, das ist meine französische Freundin, Elena Esel. Bonjour. Ah, bonjour, Elena. Elena hat gestern ein sehr schönes französisches Lied gesungen. Können wir ihr nicht eins von uns beibringen? Wie wär's mit dem Bing-Bong-Song? Ja, singt mir das Bing-Bong-Lied. Boah, es ist gut für mein Deutsch. Mäh oui. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Buu. Bing-Bong-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing-Bing- Ein Fisch namens Goldi. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Papa Wutz fährt mit dem Auto zur Arbeit. Zeit fürs Frühstück, Goldi. Mama Wutz füttert Goldi den Fisch. Mama, Goldi hat gar keinen Hunger. Oh, vielleicht fühlt sie sich nicht gut. Wir rufen besser Dr. Hamster an. Tierarztpraxis Dr. Hamster hier. Hallo, Dr. Hamster. Unser Fisch Goldi frisst heute nicht. Und sie sieht traurig aus. Oh, sie kommen am besten gleich vorbei mit Goldi. Oh, Papa hat ja das Auto. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Oh, klasse. Das ist die Bushaltestelle. Auf dem Fahrplan steht, der nächste Bus kommt um 10 Uhr. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 Uhr. Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten. Herr Bulle wartet auf den Bus. Oh, einen Fahrschein zum Musikklagen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh, weh. Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich. Vielleicht mag sie ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahr' ich auch zum Musikladen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mietze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Allo, vier Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh, geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum, Tag für Tag. Supermarkt. Die Räder vom Bus drehen rundherum, Tag für 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 Tag. Goldi frisst das Futter. Oh, zu Hause hatte sie keinen Hunger. Vielleicht war es Goldi zu Hause zu langweilig. Ich glaube, die spannende Reise hat sie aufgemuntert. Ah. Du hast wirklich einen gesunden und glücklichen Fisch. Sie ist goldig. Herzlichen Dank, Dr. Hamster. Mama Wutz, Pepper und Schorsch fahren mit dem Bus nach Hause. Herr Bulle fährt auch nach Hause mit seiner reparierten Tuba. Sie ist so gut wie neu. Madame Gazelle und ihre Freunde fahren mit ihren Einkäufen nach Hause. Ich sehe, Goldi ist wieder ein glücklicher Fisch. Ja, die Busfahrt hat sie wieder gesund gemacht. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, Tag für Tag. Hallo, wo wart ihr denn? Wir waren mit Goldi bei der Tierärztin. Und jetzt geht's ihr besser. Oh je, Goldi hat Husten. Wir sollten mit Goldi morgen nochmal zur Tierärztin. Ich kann euch im Auto hinbringen. Nein, Papa, wir fahren lieber Bus. Das macht Spaß. Okay, wir nehmen den Bus. Hurra. Alle lieben Busfahren, besonders Goldi, der Fisch. Es ist Abholzeit in Peppas Spielgruppe. Papa, Teddy Lausbub kommt uns besuchen. Wer? Teddy Lausbub ist unser Wanderbär. Heute besucht er Peppa zu Hause. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste. Es ist alles in seinem Koffer. Oh, verstehe. Peppa, Papa Wutz und Teddy Lausbub sind zu Hause angekommen. Mama Wutz, wir haben heute einen besonderen Überraschungsgast. Ehrlich? Wen denn? Teddy Lausbub. Er hat einen Schlafanzug, ein Fotoalbum und eine Zahnbürste dabei. Wofür ist denn das Fotoalbum? Wir knipsen viele Fotos von ihm, wenn er etwas Schönes macht. Oh. Meine Freunde waren mit Teddy Lausbub schon in der ganzen weiten Welt. London, Paris, Ägypten. Mann, oh Mann. Teddy Lausbub hat wirklich schon viel erlebt. Ähm, ich hoffe, dass er auch mit uns viel erlebt. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Alle mal herhören. Das ist Teddy Lausbub. Hallo. Er ist heute unser Gast. Macht ihm alle mal ein bisschen Platz hier. Krach. Oh, und das ist Herr Dinosaurier. Aber wundere dich nicht. Der redet nicht so viel. Krach. Wir machen ein Foto für das Album von Teddy Lausbub. Spaghetti. Spaghetti. Papa, Teddy Lausbub soll aber morgen bei uns was ganz Spannendes erleben. Können wir vielleicht zum Nordpol fahren? Äh, wie wäre es mit dem Supermarkt? Ja. Ich glaube, Teddy Lausbub war noch nie in seinem Leben einkaufen. Am nächsten Morgen geht Peppa mit Teddy Lausbub in den Supermarkt. Siehst du? Hier kriegt man alles. Orangen, Äpfel, Bananen. Das ist wirklich sehr interessant. An der Kasse muss man seine Einkäufe bezahlen. Schorsch möchte ein Foto machen. Okay, Schorsch. Spaghetti. Spaghetti. Das sind jetzt genug Bilder, Schorsch. Oh, wo ist denn Teddy Lausbub? Teddy Lausbub ist weg. Papa, du hast Teddy Lausbub verloren. Keine Sorge, Peppa. Er taucht schon wieder auf. Hallo. Wie war euer Tag? Papa hat Teddy Lausbub verloren. Oh nein. Aber ich weiß schon, wie wir ihn wiederfinden. Aber wie finden wir Teddy Lausbub wieder, Papa? Zuerst drucken wir alle Bilder aus, die wir von ihm gemacht haben. Mama Wutz packt die Einkaufstaschen aus. Wohin geht ihr? Wir kleben Bilder von Teddy Lausbub an die Bäume. Oh. Papa, warte auf mich. Warum kleben wir die Bilder an die Bäume, Papa? Die Leute sehen die Bilder von Teddy Lausbub und wissen, dass er weg ist. Und dann helfen sie uns suchen. Ah, da ist Teddy in meinem Bett. Und da ist Teddy in der Küche. Und hier sind die Bilder von George. Die aus dem Supermarkt. Oh, Teddy Lausbub. Jetzt weiß ich, wo er ist. Oh, hallo. Mama, wir wissen jetzt, wo Teddy Lausbub ist. Ja, er ist in der Einkaufstasche bei den Nudeln und den Tomaten. Peppa zeigt in der Spielgruppe das Fotoalbum von Teddy Lausbub. Ich dachte schon, dass der Teddy Lausbub bei uns kein spannendes Abenteuer erlebt. Aber zum Glück hat mein Papa ihn im Supermarkt verloren. Aber wir haben ihn wiedergefunden. In der Einkaufstasche. Puh. Das war wirklich ein Abenteuer. Und was für eins. Herr Bulle reißt die Straße auf. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug zum Spielplatz. Sind alle zur Abfahrt bereit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Wir fahren auf den Spielplatz. Wir fahren auf den Spielplatz. Peppa und Schorsch lieben es, auf den Spielplatz zu gehen. Oh, warum haben wir denn gestoppt? Da ist ein Verkehrsstau. Aber wie kommen wir denn jetzt zum Spielplatz? Keine Sorge, Schorsch. Die Autos fahren gleich wieder weiter. Stopp. Herr Bulle hält den Verkehr an. Wo ist das Problem, Herr Bulle? Mu, wir reißen jetzt die Straße auf. Das Wasser kommt ja aus dem Boden raus. Ja, um das zu reparieren, sind wir hier. Und dauert das denn lange? Es dauert genauso lang, wie es dauert. Bagger, Bagger. Schorsch, lieb Bagger. Hier rüber, Herr Rieder. Okay, Boss. Herr Bulle ist der Boss. Herr Bulle, wo kommt das ganze Wasser eigentlich her? Das kommt aus einer kaputten Wasserleitung unter der Erde. Und wie reparieren Sie das? Wir reißen die Straße auf. Boah. Wir drehen das Wasser. Schorsch liebt Kräne. Wir holen das alte Rohr raus. Und setzen das neue Rohr ein. Danke, dass Sie uns alles erklärt haben, Herr Bulle. Mu, kein Problem. Wiedersehen. Bis später. Oh weh. Schorsch möchte gar nicht von Herrn Bulles Baustelle wegfahren. Wir wollen doch zum Spielplatz, Schorsch. Du kannst ja im Sandkasten auch Bagger und Kran spielen. Außerdem sehen wir Herrn Bulle bestimmt noch mal auf dem Heimweg. Peppa und ihre Familie sind beim Spielplatz angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Edmund Elefant und Linus Löffel spielen im Sandkasten. Bumm. 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 Kommt, ihr spielen im Sandkasten. Oh ja. Stopp. Wo ist das Problem? Wir reißen jetzt die Straße auf. Und ich bin der Boss. Bumm. Aber dauert das denn lange? Es dauert genauso lange, wie es dauert. Zuerst graben wir ein Loch. Bumm. Dann schütten wir es wieder zu. Bumm. 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 Und schon ist die Straße fertig. Hurra. Peppa, Schorsch. Zeit, nach Hause zu fahren. Oh weh. Schorsch möchte noch nicht nach Hause. Na komm schon, Schorsch. Auf dem Heimweg sehen wir noch mal, wie Herr Bulle die Straße aufreißt. Auf Wiedersehen zusammen. Wiedersehen, Peppa. Peppa und Schorsch freuen sich schon darauf, Herrn Bulle wieder zu treffen. Bumm. Da wären wir. Oh. Herr Bulle ist nicht mehr da. Herr Bulle hat bestimmt schon Feierabend und ist zu Hause. Bumm. Oh, ist das Wasserrohr schon wieder kaputt? Nein, Peppa. Diesmal sind es kaputte Elektrizitätsleitungen. Und wie reparieren Sie Elektrikitätszeitungen? Wir reißen die Straße auf! Hurra! Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufreißt. Das Wohnmobil. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt, denn heute geht's in die Ferien. Oh, wo ist Papa? Er hat eine ganz besondere Überraschung für euch. Was ist das? Das ist ein Wohnmobil. Wir haben es für den Urlaub ausgeliehen. Dieses Wohnmobil hat einfach alles. Mit dem Knopf hier bedient man den Wasserhahn. Und mit diesem Knopf macht man den Fernseher. Und wozu ist dieser Knopf gut? Ich bin mir nicht sicher. Wir drücken ihn besser nicht, bevor wir es wissen. Sind alle Startklar für unsere Urlaubsreise? Ja, Mama Wutz. Dann geht's los! Wir fahren in die Ferien in unserem Wohnmobil. Hm, diese Karte ist etwas schwierig. Papa, wir dürfen uns nicht verfahren. Keine Sorge, Peppa. Ich bin Experte im Kartenlesen. Oh, das ist seltsam. Doch verfahren? Äh, ja. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo, Peppa. Hallo, Klausi. Wir haben uns verfahren. Wieso? Ist denn euer Navi kaputt? Navi? Du fährst doch das Wohnmobil T3200. Da ist dein Navi serienmäßig. Willkommen im Fahrzeug der Zukunft. Ah, dafür ist also dieser Knopf da. Wohin soll die Fahrt heute gehen? Das Wohnmobil kann ja sprechen. Ganz schön clever, oder? Die Computerstimme hilft euch, den Weg zu finden. Aber woher weiß sie denn überhaupt, wohin wir wollen? Du sagst es ihr. Ähm, hallo, liebe Frau Wohnmobil. Hallo. Wir wollen in die Ferien fahren. Kannst du uns den Weg sagen? Folgen Sie dem Verlauf dieser Straße immer geradeaus. Danke für deine Hilfe, Opa Kleff. Aber gerne. Genießt eure Ferien. Wir wollen die Ferien in unserem Wohnmobil. Achtung, Achtung. Das Öl ist fast leer. Was ist Öl? Öl hilft dem Motor zu laufen wie geschmiert. Und ist das Öl denn jetzt schon weg? Nein. Diese Warnungen kommen immer lange im Voraus. Das Öl ist jetzt leer. Ach, herrje. Zum Glück habe ich noch eine Dose Öl als Reserve dabei. Sehr gut, Papa Wutz. Wir füllen einfach das Öl in den Motor und dann... Oh. Was ist los? Hier ist überhaupt nichts drin. Der Motor ist weg. Da kommen Frau Locke und Luzi Locke. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Wir haben unseren Motor verloren. Euren Motor verloren? Ja. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich würde ihr gerne helfen, aber ich habe keine Ahnung von Motoren. Vielleicht irre ich mich aber genau genommen. Sieht dieses Teil hier wie ein Motor aus. Ach ja. Gut beobachtet, Frau Locke. Das Wohnmobil hat seinen Motor hinten. Fein. Das sollte genügen. Danke sehr, Frau Locke. Gern geschehen. Und genießt eure Urlaubstage. Wann sind wir denn endlich da? Fahren Sie den nächsten Hügel hinauf. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Hurra. Schlafenszeit. Wo schlafen wir denn? Mama Wutz und ich schlafen hier auf diesem Bett. Oh. Und ihr zwei schlaft dort oben. Aber da oben ist doch gar nichts. Ho, ho. Schaut mal her. Das Wohnmobil kann sein Dach ausfahren. Im Wohnmobil wohnen wir genauso wie zu Hause. Während der Ferien ist es ja auch unser Zuhause. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Auf der Kirmes. Heute sind Peppa und ihre Familie auf der Kirmes. Ich liebe die Kirmes. Rutsche. Schorsch möchte auf den Ringelkringel. Ja gut, dann bis später. Dann bis später. Hereinspaziert. Fangt das Entchen und gewinnt einen Riesenteddy. Mama, können wir auch mal? Na gut. Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Alles für einen guten Zweck. Hol den Riesenteddy Mama. Ich versuch's, Peppa. Aber ich fürchte, das ist nicht so einfach. Das stimmt. Sie haben keine Chance. Was? Es ist unmöglich. Geldverschwendung, wenn Sie mich fragen. Das wollen wir doch mal sehen. Mama Wutz hat gewonnen. Hurra. Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hättest du nicht lieber einen kleinen Teddy, Peppa? Kommt nicht in die Tüte. Guck mal, Mama. Ein Riesenteddy. Er ist etwas groß. Ist er gar nicht. Schorsch und Papa Wutz stehen am Ringelkringel an. Hm. Der ist ja doch ziemlich hoch, Schorsch. Bist du sicher, dass du da rauf fällst? Zwei Euro bitte. Zwei Euro? Ist alles für einen guten Zweck. Oh weh. Es ist doch ein bisschen hoch für Schorsch. Keine Angst, Schorsch. Ich komm rauf zu dir. Das macht zwei Euro. Bitte. Oh. Schorsch hat keine Angst mehr vor der Höhe. Oh. Es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Die Treppe ist voller Kinder. Da geht's nach unten, Papa Wutz. Oh. Also gut. Oh. Hereinspaziert. Schießt auf die Scheibe und gewinnt einen Riesenteddy. Das schaffst du doch locker, Mama. Wir brauchen doch nicht noch so einen Riesenteddy, Pepper. Keine Sorge, sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben sie gesagt? Es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Wie viel kostet ein Schuss? Zwei Euro. Mama Wutz hat gewonnen. Unglaublich. Hier ist ihr Riesenteddy. Hurra. Ich will auch so einen Teddy haben. Bitte, Mama. Der ist viel zu groß. Ist er gar nicht. Papa Wutz und Schorsch fahren mit dem Riesenrad. Festhalten, bitte. Oh, das ist wirklich hoch. Oh. Puh. Gut, dass es vorbei ist. Fünf Riesenradrunden für zwei Euro. Fünf Riesenradrunden? Oh nein. Oh. Hereinspaziert. Tretet näher. Messt eure Kraft beim Hau den Lukas. Was muss man da tun? Also, sie hauen hier fest drauf mit dem Hammer. Klingelt die Glocke. Dann gibt's einen Preis. Keine große Kunst. Aber man braucht Kraft. Ich versuch's mal. Zwei Euro. Pech gehabt. Ho, ho. Ich bin stark. Jetzt hau ich mal. Alle Mann zurücktreten. Sei vorsichtig, Papa Wutz. Du bist nicht so fit. Ho, ho. Ja, Papa Wutz sieht ein bisschen rundlich aus. Was? Ich meine nur, Papa Wutz hat ein klitzekleines Bäuchlein. Geben Sie mir den Hammer. Donner Wetter. Sowas hab ich ja noch nie gesehen. Sie gewinnen alle unsere Riesenteddys. Hurra. Mama, können wir die Teddys meinen Freunden schenken? Eine gute Idee. Dankeschön, Papa. Ach, wie nett. Vielen herzlichen Dank.